So, wieder hoch. Das nächste. Oh Gott, ach Gott, ach Gott. Warum haben wir hier eigentlich so viel? Oh Gott, das dauert ja ewig. Essen. Essen? Kein Essen. Äh, ne. Monster Zeugs, Monster Zeugs, Monster Zeugs, 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 Zeugs. Das nicht. Was ist denn das da eigentlich? Amel Cobblestone. Erde. Alten RD. Monster Cobblestone. Stone. RC. Handwerk. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Greenzeug. Was ist denn das da? Aller Anfang ist schwer. What? Ach so, das war das. Ah. Grundzeug. Grundzeug. Das da, das da, das da. Das da. Was denn das da? Loan. Was soll ein Loan sein? What? Was soll Loan sein? Ich kann ja nicht sagen, was Loan sein soll. Handwerk. Da kommt auf jeden Fall der Backpack rein. So. Grünzeug. 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 Das ist einfach alles da rein. So. Ne. Die Sonne geht unter. Nein. Das muss ich noch schaffen. Hat er schon wieder eine Kokopedia. Kann ich mich doch mal am Arsch lecken. So. Oh Gott, die fünf. Oh du heilige. Okay. Aber ich glaube, ich räume jetzt die Kisten voll leer und die Backpacks mache ich dann offline. Kurz. Was? Ähm. Sattel. Keine Ahnung. Essen. Sonst noch irgendwas mit Monster-Zeugs? Nö. Cool-Zeug. Pass auf. Der Starter Blau. Wie sich das anhört. Ähm. Das da kommt da rein. Das da auch. Das ist Essen. Das ist Essen. So. Kein Essen. Erde. Heute Erde Erde. Erde Erde. Ich muss einfach mal sagen, das ist einfach. Erze. Kies. Was war? Das ist ein Busch. Äh. Halt. Der Busch könnte nicht rein. Ach komm. So. 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 Jetzt ist es dunkel. Wollte ich doch nicht. So. Die hole ich gleich. Ah. Schaffe ich nicht ganz alles. Doch. Das schaffe ich. Wunderbar. So. Das sind jetzt hauptsächlich Erze. So. Erz. 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 Das auch. Erz. 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 zu um mit ihr einfach mal sagen eine stunde ist was eigentlich auch geplant war um würde ich sagen mache ich hier eine kleine aufnahme poste ich habe kein optifine scheiße und Prozent wahrscheinlich jetzt hier noch offline die backpacks einräumen und ich wünsche euch einen schönen tag noch und wir sehen uns dann in der entweder nächsten folge oder gleich Prozent keine Ahnung für auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann bis gleich so und damit begrüße ich euch herzlich zu einer weiteren Aufnahme am Hexel wie ihr seht ich habe hier noch und ich habe von einiger und dann habe ich hier noch die Stimme gemacht das Jahr Sicht ab mehr mehr letztes Mal ist um das will uns hier auf den Weg wieder machen zu schützen m und zu dem Turm dahinten wollten wir ja auch und dass er gleich ein Schiff nebendran ja ich will einfach mal sagen dass wir durch da hingehen zu dem Schiff und dann gehen wir dahin so, ich wollte mal ein Schiff fünf, so ein Schiff wo ich sehe gerade meine Frischtung ist nur wenig nicht ja, kann man so lassen was ich ja nicht glauben kann, dass ich keine Feine habe ich habe 0,02 weil das, 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 hm? das macht irgendwie Sinn das sind das sind die Sachen hier eigentlich besser das sind gleichschutzsicher äh äh das ist mal überhaupt hier drin das sind die Froststiefel ich muss mal kurz gucken welcher Bogen denn am besten ist äh hier das ist der ne halt Bogen hier ne boah ach ja, ich wollte noch was anderes machen äh, das wollte ich hier nämlich machen da wollen Diamant und Stick und Magic Essence alles klar aber ich glaube das sich mh hmm mh 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 und z mh 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 Martin mhh aber Aber ich glaube, wenn ich es mit der Schaufel abbau, dann ist die Chance geringer.